Magical Nails, dein Online-Shop für Nageldesign. Entdecke unsere neuen Glamour-Farben der Star Edition und verliebe auch dich in das Multi-Farbspektakel. 23,75 schimmert in einer Grapefruitfarbe mit Diamond Multi-Glitter. 23,74 ist ein leichtes Lila-Blau mit Diamond Multi-Glitzer. Mein Tipp, kombiniere 23,75 und 23,74 auf einem Nagel. 23,43 ist ein magisches Blau mit Multi-Glitzer. 23,47 ist ein reines Blau mit Diamond Glitzer. 23,35 ist ein edles Weiß mit Diamond Glitzer. 23,55 kann mit allen Farben kombiniert werden. GG10 ist ein mittelflüssiges Aufbau- und Effektgel. Es ist in 15 oder 50 ml verfügbar. Löse gleich den Gutscheincode im Online-Shop www.magical-nails.de ein und erhalte auf alle 7 Gele 20% Rabatt. GG10 ist ein mittelflüssiges Aufbau-Glitzer. GG10 ist ein mittelflüssiges Aufbau-Glitzer. GG10 ist ein schmerzigercher Vertikal. GG10 ist ein mittelflüssiges auf. Die WLB-Glitzer ist ein mittelflüssiges Aufbau-Glitzer. GG10 ist ein mittelflüssiges Aufbamaan, dass wir die Muhammed-Găn wastian bunden, bei mir diverse Betikum ist ein mittelflüssiges durch. DC12 ist ein mittelflüssiges auf Leibkrad. 4,Ülimse auf alle 9,2 sind frerschweine ab- und Sitzungen zum ersten mit Sancti sлохere un Ende. Untertitelung des ZDF, 2020